hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von lancer zusammen let's go die welt haben wir nicht bis zum letzten speicher doch oder mir doch hier gespeichert das glaube ich es war nach dem gewitter jetzt wenn ich mich nicht täuschen soll wenn wir meinen meinen erinnerungs organ ich hab mal ganz schnell machst du denn schon wieder ja wir haben hier beendet mir sah es genauso aus stimmt ich kann mich noch ganz genau erinnern dass wir das letzte mal in der folge hier waren die folge hieß wir sind in holland ja genau es gibt mir gerade solche kenny vibe die hatten doch auch so ein windrad was dann die ganzen walker angelockt hat und dann wurden wir überfallen und dann ist elven gestorben ach arme elven der arme elven machst du das eigentlich nicht mit facecam ne schade ich hätte gerne ein gesicht gesehen dass das letzte mal fast verbrannt hast wenn es funktioniert hat was passiert wenn der rauch überhand nimmt schade und rauch warum verbrauchen wir gerade so viel und warum liegt dir nirgendwo was ist er o mein gott ich bin noch sein stück abfall st Der hat uns so viel gespart. Wo kommt die Musik her? Wir haben kein Radio. Mach die verdammte Musik aus. Wo stand denn Game Musik einfach? Sind das Kühe? Geht weg, Kühe! Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, dass wir die Tiere gesehen haben. Ich kann mich auch nicht daran erinnern. Die sind einfach neu. Was ist das? Was haben wir hier bekommen? Oh, noch ein Koffer! Wir legen ihn aufs Bett. Zu den anderen zwei. Ich mag es auf die zwei Lampen und unser Briefkasten. Ich finde es schön, wie wir das eingeleitet haben. Erinnerst du dich noch an die Kugel, die du hast rausfallen lassen? Weißt du, was wir mit der hätten tun können? Weißt du, was wir mit der hätten tun können? Was? Verbrennen! Aber nein, du lässt sie rausrollen! So, back in Holland! Es ist viel zu hügelig hier. Siehst du den Berg da hinten? Er ist höher als alles andere in Holland. So ein Texas-Wyme eher. Treffen wir auch wieder auf einen Indianer-Geisterfriedhof mit wütendem Geist. Was? Ach so! Ich muss gerade überlegen, was du von mir willst. Ach! Metro. Das war eine Zeit, ne? Ich meine ja nicht Metro. Ich weiß schon. Mir ist aber der Titel nicht eingefallen. Beyond to Soul. Genau! Warum können wir nicht den Trek annehmen? Hinten dran, ey, let's go! Können wir mal darüber reden, dass unsere Segel eigentlich gar nicht so viel bringen soll? Ich glaube, du musst das einfahren, oder? Also wir sterben. So schnell genug? Okay, ich dachte gerade, es passiert nichts. Ja komm, das schaffen wir. Das schaffen wir nicht. Oh, siehst du, du bist raucht hinten, ne? Das heißt, der arbeitet. Was kriegen wir hier jetzt? Oder was fehlt uns eigentlich überhaupt noch? Oh, ne Kiste. Ist ein Radio! Knobbe Geschichte. Ich hab schon knapp eingeparkt. Oh man! Das, was mich jetzt interessieren würde. Ich bin doch gar warsch, Alter. Wenn da drin ein Radio ist, und das läuft, hätte dann unser Radio auch zum Spielen begonnen. Wo kommt denn das Radio her? Weiß ich denn, höre ich. Oh, tschüss! Tschüss! Das kackt jetzt einfach runter und ist kaputt. Oh, da ist ein Mensch vorne drauf. Haben wir einen Hund? Ich dachte eh. Haben wir eigentlich einen Hut auf? Ja. Ich weiß gar nicht, wie wir aussehen. Ich kann da... Sind wir... Warum macht ihr das in dem Game jetzt auch schon? Was? Hättet ihr zwar bei Ding übermacht. Ding? Bei Nickelodeon Oster Brawl. Ernsthaft? Hat OBS tot? Also ich weiß, dass es trotzdem weiter läuft. Aber es... Es ist trotzdem... Wie in das... Jetzt sehe ich für ein Stückchen nicht, wie lang... Einer? Wie lang es schon läuft. Was kann ich überhaupt machen? Was passiert da? Ich glaube, du musst ein bisschen nach vorne ziehen. Mein Freund. Was hast du da? Keine Ahnung. Was ist das? Ah, Bücher. Bücher? Wohl eher... Brennstoff. Hä? 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 Was machst du denn? Bist du verrückt? Bist du verrückt? Du Monster! Was ist das eigentlich da oben? Oh, ich weiß, was das ist. Ist das der Sauger? Ja. Warum hat der jetzt... Warum hat der das letzte Mal ein Fass zum Explodieren gebracht? Ich glaube, wenn du Fässer einsaugst, dann macht der Boom. Was soll ich hier überhaupt machen? Ich weiß nicht mehr, wo ich hinsoge. Irgendwie musst du da hochkommen. Tod. Pff. Ne, das funktioniert nicht. Was musst du mit dem Generator hinten machen? Aber das funktioniert nicht. Ich glaube, du musst dich vielleicht ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Ah! Nein! Au! Siehst du nicht, wie er raucht? Hat das eigentlich unser Vater schon alles prepared? Oh ja, das hat jetzt Zersing gemacht, wie sich das da... Rede nicht darüber. Soll ich das anschauen? Ich verbrauch das... Strom? Ja. Oh ja. Dann mal los. Ja, wir haben's ja. Voll. Es läuft kein Wind, also es bringt ja nichts. Hä? Nein! Gegenwind! Gegenwind! Hör auf! Da! Das haugt alles ein! Wir haben richtigen Wind! Jetzt nicht mehr! Was passiert hier? Oh. Ist schlecht. Der hat aufgehört zu saugen, aber der hat ein Ding eingesaugt. Du hast doch nur eins eingespaßt. Aber der hat alles eingesaugt! Jetzt gehts gleich bergauf, deswegen müssen wir unbedingt... Er hat zwei Sachen noch eingesucht. Was ist das? Oh, was ist das hier? Keine Ahnung. Oh. Oh, wie wir speeden. Ich hätte gern einen Tacho. Oh! Nein! Gut, dass der nicht läuft. Sonst hätte er jetzt die Dinger, die Dinger, wenn man einsetzt. Ah! Die machen wir im Schluss. Nee, da macht's Boom. Sicher? Ja. Try it. No. No! A new home! Zieh! Zieh, Bruder, zieh! Ah, endlich ist wir gerade. Aber kein Wind. Dress pur. In Litfaßsäule! Hä? 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 Oh, wir können das Radio verbrennen das nächste Mal. Oder wir behalten es, falls es nochmal kommt. Hat er aufgehört zu saugen? Nee. Nee. Er wird weiter saugen, bis unser ganze Rekohol weg ist. Wir machen das doch mit Absicht, dass man hier so weit bergauf kommen muss. Glaubst du? Ich würde den Sauger ausmachen. Entschuldigung. Weißt du wie viel Benzin der aussaugt? Der Wind läuft wieder. Wir brauchen wieder weniger Benzin. Ich mag aber nicht zu sehen, wie schnell das Zeug hier vorbeifliegt an uns. Jo! Alter, wie schnell! Boah, Dinger! Use'n Bolt einfach. Oh, oh. Oh. Das ist schlecht. Ja. Das ist nicht gut. Wir haben nen Tacho! Das sehe ich ja jetzt erst. Ja. Oh Gott. Das schafft doch der Wind nie alleine. Nein! Oh, darauf schafft er. Oder? Ich weiß es nicht! Das hätte er leicht geschafft. Was machst du denn? Der Sauger ist übrigens nicht aktiv. Ja? Weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß. Ich weiß es nicht mehr. Nein! Brems! 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 Brems und mach die Sauger aus! Mach ihn aus! Du kannst da auch raus. Was ist jetzt echt das? Brems und boah! Brems und boah! Brems und boah! Brems und boah! Nice! So! Pflanzen? Wir sind hier in Holland. Hinterfragst du nicht. Das ist ein komisches Volk. Die guten Holland-Dicks. Frau Schindigs. So eine Wohnung wieder richtig krass. Die ist auch richtig gut eingerichtet. Der Stuhl da. Wenn wir neu spawnen in die Welt, dann werden wir einfach sterben, weil wir da oben erdrückt werden. Weißt du eigentlich schon, dass das Strom kostet? Und weißt du auch, von wo wir den Strom her importieren? Schon mal daran gedacht? Aber so smart ist hier. Oh mein Gott. Das schafft er alleine. Ja, sicher. Das wird so schief gehen. Das schaffst du nicht. Doch, 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 doch. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Nein. Nein. Was? Oh Gott. eine topf pflanze die hat mir das letzte mal auch dabei ich glaube wir mussten wirklich relativ schnell weil sich das unsere schiff gerollt ist kann sein jetzt kannst du ins hamster ja muss laufen was weiß ich nicht ich weiß nicht was jetzt warum wir das so machen muss was passiert ja ich okay das ist mit der kiste die die später holen Was tut mir Leid vor Dir... Wie ist der? Warum kommt es zurfilen? Oh nein ich finde es so schön, stell mir vor das Schiff ist jetzt einfach weg. Der ist einfach despawned. Run! RON! Diese verdammten Hooligans! Warum solltest du fahren Tonn? Fahren wir nicht! Wollt ihr nicht eher um die Tornado? Der auf uns zukommt! Ja, wir werden so sterben! Das Schiff fährt mir auf! Da rollt's! Alle mal aboort! Nein! Gib Gummi! Oh Gott! Gib Gummi! Run! 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 Oh Gott! Ich weiß nicht, ob das Segel eine gute Idee wäre. Das ist immer eine gute Idee! Nur offensichtlich Schuf! Boah, wie schnell! Ach! Ich hoffe, der Sauger läuft nicht! Oh, das ist ja gerade nochmal so gut gegangen! Nein! Aber X ist die Topfplatz jetzt oben in Sicherheit! Oh, wo fahren wir denn jetzt lang? In die Freiheit! Warum hast du gebremst? Weil ich nicht mehr Benzin verschwinden wurde! Achso, das macht sogar Sinn! Zwiebelgab geht? Ist gerade Tag, kann das sein? Nein, der Sturm ist vorbei! Hey! Oh! Das ist der Schiffsfriedhof! Au, 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 au! Oh! Nnnnn! Ah! Da liegt noch der Kiste oben! Die hab ich gerade vergessen! Aber wie, warte, wie ist die Topfplanze reingekommen? Die war doch hinter der Kiste, oder? Ich glaub, die ist reingerollt! Aber warum die Kiste dann nicht? Da oben liegt auch so viel Bullshit! Nein! Oh, wie schön! Was ist jetzt, was ist jetzt hier? Zieh doch einfach rum! Warum gibst du Gummi? Geh aus! Und ziehen! Wir haben doch Oberschenkelmuskeln! Kann das doch machen! Oberschenkelmuskeln! 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 Dein Mann! Geht doch nicht! Ähm, muss ich zurück? Ich weiß es nicht! du kannst nicht zurück ich hab das schiff drückt unten ja was hab ich hier schieb schieb was ist das ich schieb ja das ich habe keine ahnung in einer dreidimensionalen welt würde das keinen sinn geben haben wir wind kiste noch nicht ah close das wenn geklappt hätte das wäre zu krank gewesen das ist eine normale brennkiste einfach nach oben werfen koste mit unserem benzin nach wie schön das wäre man einfach seine brüche zu benzin verbringen könnte das wäre schon schön wenn wir die welt wieder in ordnung gut da will ich aber hier sagen das war's mit der folge lasst ein like und ein abo da wenn es euch gefallen hat schaap und jetzt kommen wir vorbei schaap und so tut das kanal vorbei und bis zum nächsten mal tschüss tschüss